Ja, die Adventzeit beginnt wieder und mit dieser Zeit sind unglaublich viele und schöne Erinnerungen verbunden. Eine davon ist das Zubereiten und das Essen von Bratäpfeln. Und dazu gibt es eine Geschichte, weil wir die Äpfelbäume selber im Garten hatten und noch immer haben, weil wir sie geerntet haben, die Äpfel eingelagert und dann im Dezember auch wieder aus dem Keller geholt haben, um sie zuzubereiten, zu waschen, auszuhöhlen, die entsprechenden Zutaten auch dazu zu geben und dann rein ins Backrohr und kurz danach stand diese köstliche adventliche Nachspeise am Tisch. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wieder solche Bratäpfel zu genießen.